Hallo meine lieben Schätzleins und alle, die so nicht genannt werden möchten. Ich bin der Daniel und heute stelle ich euch eine Rolex vor. Eine Rolex, die wir aktuell im Ur-Luxury-Shop zum Verkauf haben. Eine Rolex, die mir über die Jahre sehr ans Herz gewachsen ist, obwohl ich sie selber nicht besitze. Die Rede ist von der Rolex Yachtmaster 40 in Stahl und Platin. Eine für mich der schönsten Rolex-Modelle, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Kommen wir gleich zu. Erstmal Rolex Yachtmaster, eine Uhr, die die Verbundenheit von Rolex zum Segelsport symbolisiert. Eine Uhr, die, ich glaube, 1992 das erste Mal auf der Baselworld vorgestellt wurde. Anschließend dann, ich glaube, Ende der 90er, 99, 98, dann auch in dieser Stahl-Platin-Variante eben auch auf den Markt kam. Genau, und wie ich schon sagte, ist für mich die 16622, also genau diese Referenz eben so mit die schönste Rolex überhaupt. Also da ist bis, ich weiß nicht, also gerade unter 15.000, glaube ich, die schönste Uhr, die die Rolex für mich jemals produziert hatte. Und auch danach gibt es, also wir reden jetzt hier vom Marktpreis, nicht Listenpreis, da lag es ja damals bei deutlich weniger. Ja, und auch sonst sind da nur noch wenige Modelle, die quasi für mich noch überhaupt schöner sind. Also da reden wir hier von vielleicht den Daytona-Modellen oder so einer Smurf in Bicolor. Denn so ein, zwei Uhrchen, die für mich nochmal, oder nochmal schöner sind, die ich noch mehr mag. Aber diese Uhr ist schon sehr weit oben. Ja, und warum ist das überhaupt so, stellt sich jetzt vielleicht der eine oder andere die Frage. Ja, es ist, diese Uhr hat für mich einfach einen ganz besonderen Glanz. Und durch diese mattierte Lünette wirkt sie aber dennoch wieder was sportlicher. Also ich mag es, wenn Uhren sportlich und elegant sind, ne. Also, klar, so eine, ich sag mal, eine lange Umsöhne, die ist komplett edel, könnte man aber auch, also die kannst du aber auch nicht überall tragen. Und genauso wie, sag ich jetzt mal, ich brauche jetzt mal ein passendes Beispiel, eine Breitling Super Ocean, besonders am Kautschukband. Das sind Uhren, die sind extrem sportlich, die passen auch nicht zu jedem Anlass, ne. Und das ist eben hier so eine Uhr, die passt wirklich zu jedem Anlass. Also die kannst du auf einer Hochzeit tragen, die kannst du auf einem Business-Termin, je nachdem, was du beruflich machst, tragen. Die kannst du aber auch in der Freizeit tragen. Das ist einfach so ein perfekter Allrounder für mich. Und hier, das ist ja auch das beliebteste Modell von der Yachtmaster-Serie, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Vielleicht heutzutage ist die mit dem blauen Zifferblatt vielleicht auch nochmal eine Ecke beliebter. Aber sie gehört auf jeden Fall zu den beliebtesten Modellen überhaupt der Yachtmaster-Serie. Und das liegt auch einfach daran, weil es halt eben die erste Uhr war, die in dieser Stahl-Platin-Kombination kam. Rolex nennt es Rolesium, wie ich das verstanden habe. Das hatte ich tatsächlich vorher, oder habe ich es eben nur durch Zufall gelesen, war mir tatsächlich auch nicht bewusst vorher. Ich hatte das tatsächlich sonst nicht auf dem Schirm. Aber das ist eben auch so ein interessanter Fakt über die Uhr. Und ansonsten, wie ich schon sagte, dieser Glanz, diese Sportlichkeit trotz dieses Glanzes und halt eben dann dieses weiße, helle, gräuliche Design. Und dann eben diese zwei roten Akzente als Sekundenzeiger und der Yachtmaster-Aufschrift. Das ist für mich eine Uhr, obwohl ich helle Uhren eigentlich nicht so feiere. Also eigentlich sind helle Uhren weiße Zifferblätter und so weiter und so fort. Hat man hier nie mitbekommen, außer eben bei dieser Uhr. Wobei es ist natürlich jetzt auch nicht weiß, es ist eher ein gräulicher Ton. Ja, es ist einfach eine wunderschöne Uhr. Ihr merkt, wahrscheinlich habe ich ganz viel B-Roll drüber liegen, also ganz viele Uhrenaufnahmen über meinem Gesicht. Aber ich schaue hier die Gesamtzeit runter auf die Uhr und vergesse immer wieder in die Kamera zu sehen, weil es einfach gerade jetzt in dem Studiolicht eine wunderschöne Uhr ist und ich einfach nur begeistert bin von diesem Ding. Einziges Manko ist bei mir tatsächlich hier die Schließe. Also man hat hier dieses polierte, mattierte Band, was immer in den Mittelgliedern halt eben poliert ist. Das finde ich sehr schön, das wirkt auch sehr wertig. Das Einzige ist halt eben unten die Schließe. Das ist halt eben hier noch diese alte Rolex-Schließe. Ich weiß nicht, ob ich es hier gerade scharf kriege. Diese alte Rolex-Schließe, ja, die wirkt immer ein bisschen, also ich weiß nicht, das ist immer so. Die ist auch so ein bisschen, weil sie halt nie großartig getragen, also weil die Uhr halt nicht getragen wurde, hier noch was steifer, das wird sich irgendwann mit der Zeit legen. Aber sonst, das ist immer so, ah, die ist so klein und nee, die ist tatsächlich nicht meins. Das ist so das Einzige, was ich jetzt an der Uhr auszusetzen hätte. Ja, sie gefällt mir nicht. Ganz ehrlich, Fakt auf dich. Ich mag diese alten Schließe nicht. Aber ich meine, wir reden hier auch über eine Uhr von vor 20 Jahren. Und da wären wir auch schon beim Thema. Wie gesagt, wir bieten diese Uhr aktuell im Uhr-Luxury-Shop an. Sie befindet sich in einem wirklich Top, Top, Top-Zustand. Sie wurde 20 Jahre lang, also das ist eine Uhr aus 2002, sie wurde 20 Jahre lang im Tresor gelagert, nie rausgeholt. Ist dementsprechend ungetragen. Dennoch möchte ich hier auch nochmal erwähnen. Ungetragen bedeutet einfach, sie wurde nicht getragen, also weist keine üblichen Gebrauchsspuren auf, wie halt eben, die halt im Alltag passieren. Aber, ganz wichtig, die Uhr ist nicht neu. Sie ist nur ungetragen. Das bedeutet, sie wird jetzt nicht gerade erst vom Konstitutionär ausgeliefert, sondern sie wurde einfach nie getragen. Das bedeutet nicht, dass die Uhr keine Krätzerchen haben kann. Klar ist sie in einem sensationellen Zustand. Und ich meine, das, was man jetzt hier im Studiolicht sieht, also wenn ihr die Aufnahme im Hintergrund seht, das ist schon deutlich brutaler, als es tatsächlich ist, weil dieses Licht einfach jeden Kratzer hervorhebt und Kratzer zum Vorschein bringt, die man sonst niemals mit einem bloßen Auge sehen würde. Und dort werde ich auch schon sehen, dass die Uhr, ja, super im Zustand ist. Ich kann euch auch nochmal im Tageslicht eine Aufnahme hier im Hintergrund einblenden. Dennoch kann man, wenn man will, Kratzer finden. Also auch hier an der Seite könnte es sein, dass wenn man, wenn ich jetzt hier mal im Licht schaue, dass da vielleicht Lagerspuren sind, wenn die Uhr mal im Tresor hingelegt wird oder sowas. Das sind Dinge, die können nicht vermieden werden, es sei denn, man rollt die Uhr in Zeitungspapier ein und, weiß ich nicht, packt sie in eine Panzerbox. Aber ansonsten wird man, ja, immer irgendwo Kratzerchen finden. Dennoch Zustand absolut top. Das Werk ist ja sowieso schon sehr zuverlässig. Es ist ja in 31, 35 verbaut. Das ist sowieso schon ein sehr zuverlässiges Werk. Also ich hatte neulich schon eine Yachtmaster. Das ist auch eine Uhr, die bei uns immer sehr, sehr gut geht. Und ich hatte neulich schon eine Yachtmaster, die war auch 20 Jahre alt oder so oder 19 Jahre alt. Und trotzdem lief die noch mit 3, 4 Sekunden Gangabweichung. Und hier ist es exakt dasselbe Ding. Die Uhr ist 20 Jahre alt und läuft trotzdem mit 2 Sekunden am Tag. Also plus 2 Sekunden am Tag. Das ist ein super Wert. Also das ist wirklich, das zeigt auch mal was, was Rolex für geniale Werke hat und wie konstant die wirklich perfekt laufen. Deswegen auch hier braucht man sich keine Sorgen machen. Und ja, wie gesagt, die Uhr ist in einem Top-Zustand. Und preislich liegt sie auch, ist sie auch zu einem wirklich guten Kurs erhältlich. Aktuell, wenn man so auf Kronum 24 nach ungetragenen Modellen schaut, findet man meistens, muss man dazu sagen, auch noch polierte Uhren. Diese Uhr wurde nie poliert. Finde man die Uhr so für 15.300 Summen in den Dreh im Ausland bei Privatanbietern. Und wenn man sie jetzt in Deutschland kaufen will, glaube ich auch so für 15.8, 15.6 Summen in den Dreh. Und wir bieten sie aktuell für 14.999 Euro an. Wir haben da wieder einen guten Preis für euch ausgehandelt. Wie gesagt, ich hatte bestimmt schon häufiger mal erwähnt, dass wir eigentlich alles auf Kommission verkaufen. Also wenn ihr uns eine Uhr anbietet, gerade in den hochpreisigen Regionen, bieten wir euch in der Regel immer einen Verkauf auf Kommission an. Es gibt ein paar Uhren, die kaufen wir auch mal an, wenn wir vielleicht schon direkt einen Kunden für die Uhr haben oder sowas. Deswegen immer sehr gerne mal direkt anbieten, wenn ihr irgendwie was habt. Es gibt auch Uhren, die kaufen wir direkt an. Aber im Regelfall verkaufen wir das meist auf Kommission. Wenn ihr da mal eine Uhr habt, also gerade hier sowas wie Rolex G oder auch Omega geht super gut. Wenn ihr mal was verkaufen möchtet, unten in der Beschreibung findet ihr einen Link zu einem Ankaufsformular. Da könnt ihr die Daten der Uhr eintragen. Und ja, wir versuchen irgendwie einen Deal zu finden, der für alle Parteien schön ist, für den Hinterherr, für den Käufer, für uns und für euch, die die Uhr in dem Moment verkaufen. Also es ist bislang, je nachdem, vielleicht hat der eine oder andere ja schon die Erfahrung mit uns gemacht und schreibt das vielleicht mal in die Kommentare. Bislang haben wir immer nur sehr, sehr, sehr positives Feedback bekommen. Sowohl von den Kunden als auch von den Verkäufern. Das klappt eigentlich echt immer sehr, sehr gut. Und seit Neuestem haben wir noch ein weiteres Feature im Uhr Luxury Shop. Und zwar, ihr könnt uns jetzt einen Suchauftrag schicken. Das bedeutet, ihr sucht zum Beispiel jetzt eine Rolex Submarina Hulk oder was und wollt nicht bei irgendwelchen ominösen Privatanbietern kaufen. Oder wollt vielleicht auch, wir haben viele Kunden, die wollen nur bei uns kaufen, die sagen, hey, ich warte lieber mal ein bisschen, bis der Uhrenrad über die Uhr dann da hat und kaufe dann da anstatt zu anderen Händlern zu gehen. Warum auch immer. Oder ihr sucht allgemein einfach aktuell eine Uhr. Dann schickt uns doch gerne auch ein ausgefülltes Formular mit der Uhr, die ihr aktuell sucht. Und aufgrund unseres weit gestrickten Händlernetzwerkes kommen wir in der Regel auch super schnell an die Uhren dran. Das heißt, ihr sucht jetzt eine Uhr, ihr füllt das Formular aus. Das sind vielleicht zwei, drei Minuten. Und wir prüfen das Ganze auf Realisierbarkeit. Also klar, wenn ihr jetzt eine Submarina für einen Listenpreis kriegen wollt, wird das schwierig. Aber ansonsten prüfen wir, ob das Ganze realistisch ist und machen uns für euch auf die Suche. Und vielleicht findet man was, wo dann alle mit glücklich werden. Gut, ich glaube, es ist tatsächlich nicht mehr viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwelche Notizen habe. Aber nein, ich glaube, ich habe alles Wichtige gesagt. Gut, dann würde ich sagen, es hat mich gefreut, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Wenn ihr sowas nicht verpassen wollt, schenkt uns gerne ein Abo. Kostet nichts. Schickt, schreibt vielleicht mal einen Kommentar, gebt uns ein Like. Wir würden uns sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.